Heute stellen wir uns vor, wie wird der US-Präsident gewählt. Die Bürger der USA wählen den Präsidenten nicht direkt, sondern geben deren Stimmen zu sogenannten Wahlmännern. Die Anzahl der Wahlmänner hängt von den Einwohnern jeder Bundesstaaten ab. Aus Kalifornien kommen 55 Wahlmännern, bei Wyoming nur drei. Dabei gilt die Regel, the winner take it all. Also damit wird gemeint, wer die meisten Wahlmänner in allen Bundesstaaten hat, bekommt die restlichen Wahlmänner des Bundesstaates. Die meisten Bundesstaaten sind politisch traditionell festgelegt. So ist der Staat New York bei den Demokraten und Texas bei den Republikanern. Aber bei anderen Staaten, die Spring States, ist es anders, denn dort verwenden die Wahlwähler meistens viel Geld und Zeit, um dort deren Stimmen zu bekommen. Die Wahlmänner aus jeden Bundesstaaten wählen Electrical College. Wer die Mehrheit hat, wird der Präsident. Am 20.01. wird der US-Präsident vereidigt. Am 20.01. wird der US-Präsident vereidigt. Am 20.01. wird der US-Präsident rohlt. Am 20.01. wird der US-Präsident verlengt. Am 20.01. wird der US-Präsidentin